So, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video mit der kleinen Gruppenbastelei. Die Lisa hat ja diesmal das Thema ausgewählt und das Thema war Weihnachtsmann. Ich hatte einen totalen Blackout und dachte mir so, yo, Weihnachtsmann, super, was machst du zum Thema Weihnachtsmann? Machst eine Karte. Habe ich zwei kleine Minikarten gemacht mit diesen kleinen Mini-Weihnachtsmannern, die ich in meinem Craft-Update schon gezeigt hatte. Und zwar sind das wieder so ganz kleine Minikarten geworden. Ich habe halt einen normalen Kartenrolling genommen, habe den in der Mitte geteilt, also das sind jetzt übrigens schon beide. Und habe einfach als Basis Motivpapier geklebt, oben drauf Cardstock, habe dann den Weihnachtsmann gestempelt, koloriert, ausgeschnitten, wie bei beiden Karten. Und habe dann einmal Best Wishes und einmal Merry Christmas gestempelt, nicht gestanzt wie im letzten Video, gestempelt. Und habe die Weihnachtsmann mit dem Polychromus koloriert. Ich weiß, ihr wartet immer noch auf das Video und ja, ich bekomme eigentlich fast täglich Nachrichten dazu. Ähm, ich bin dran, Leute, ich bin wirklich dran. Aber ja, okay, jetzt kommt doch noch meine Erkältung dazwischen und naja, so wie das nun mal so ist. Ähm, als nächstes Thema ist, bin ich dran? Ähm, ich muss jetzt ein Thema aussuchen. Ich habe mein Thema schon gewählt. Erstmal hierzu noch, äh, ich hoffe, dass euch die zwei Karten, weil es ja jetzt wirklich nur zwei so kleine Minikarten sind und das ist ja nun wirklich nicht wirklich aufwendig. Aber ich habe trotzdem was gemacht, wenn ich zum Thema Weihnachten, ist doch super, oder nicht? Naja, auf jeden Fall, äh, schaut bei den anderen Mädels vorbei, was sie zum Thema Weihnachten gemacht haben. Ich war nicht sehr kreativ, aber mein, mein Thema für, was haben wir heute eigentlich für den Tag? Äh, mein Thema für Mittwoch, Sonntag, keine Ahnung, schlagt mich, ich weiß nicht. Ähm, ist auf jeden Fall Weihnachtsgeschenkverpackungs-Set. Ich möchte, dass die Mädels von der kleinen Gruppenbastelei und auch alle, die, ähm, im Stillen mitbasteln und, ähm, uns, äh, ihre Beiträge auch hashtaggen können bei Instagram und der Hashtag kleine Gruppenbastelei. Ich möchte, dass ihr ein Weihnachtsgeschenk, ein Weihnachtsverpackungs-, Weihnachtsgeschenkverpackungs-Set bastelt, genau. Ähm, das kann aus zwei oder drei verschiedenen Verpackungsarten sein, äh, muss aber zum Thema Weihnachten sein. Ihr könnt natürlich in die Boxen, wenn ihr ganz viel Langeweile habt und auch ganz viel Lust darauf habt, könnt ihr in die Boxen auch so kleine Goodies basteln. Vielleicht habt ihr auch noch was zum Thema Weihnachten rumfliegen, wer weiß das schon. Ist aber kein Muss, wäre trotzdem cool. Ähm, ansonsten, ja, ich denke mal, damit wird das Thema eigentlich, äh, zur Genüge getan. Und, ähm, alle werden sich jetzt garantiert freuen und werden denken, yo, danke Melli, hast du's super gemacht. Ähm, aber ja, genau, ähm, ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat, auch wenn ich gerade total im Blödsinn rede, aber ich bin immer noch mega erkältet. Ähm, ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, seid schön kreativ, ihr Lieben und wir hören uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.